Ah, Emily hat wieder zu spät auf Bananis und Laris Musik reagiert. Oh Mann, und jetzt haben einfach schon tausend andere YouTuber darauf reagiert. Aber Emily soll doch immer die Erste sein. So, dann wollen wir mal schauen, was Emily gerade Wichtigeres macht, als Videos aufzunehmen. Oh, Döner. Ja, mit allem. Okay, Emily, du hast es so gewollt. So, Emily, dann muss ich dich halt zu deinem Glück zwingen und entführen. Äh, hallo? Wo bin ich hier? Hilfe! So, Emily, dann beantworte mir eine Frage ehrlich. Hä? Die Stimme kenne ich doch. Warum hast du noch nicht auf den 1-Million-Abonnenten-Song von Lamy und Banani reagiert? Äh, 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 ich hatte Wichtigeres zu tun. Oh, sui. Äh, oder auch nicht? So, Emily, wirst du jetzt auf den 1-Million-Song reagieren endlich? Ja, okay, Baby, Emily, ich mach es ja sofort. Los, sag es, Emily. Ja, ja, du, du, du hast es so gewollt. Ja, ja, Emily. Und jetzt hopp, hopp, bevor ich diese Waffe benutzen muss. Okay, let's go. Alter, Falter, bin ich aufgeregt. Also, den Song, da bin ich euch ehrlich, den kenne ich schon. Den hören Lamy und ich 24-7. Ja, ich würde schon behaupten, dass ich den besser kann, aber als Lamy und Banani zusammen. Aber, Freunde, von dem Musikvideo habe ich nicht eine Sekunde gesehen. Ja, und deswegen bin ich total aufgeregt. Aber, Freunde, ich weiß natürlich, was für krasse Storys Lamy macht, was für krasse Übergänge und was für krasse Szenen er machen kann. Und deswegen weiß ich jetzt schon, was für ein Meisterwerk vor mir liegt, was wir uns ganz genau jetzt angucken werden. Let's go. Hey, Mann, wie kann es schon wieder so spät sein? Und ich habe ja auch noch gar nichts erledigt. Oha. Ich mache einfach alles gut. Nichts Neues, kleiner Lamy-Sohn, nichts Neues. Morgen. Oh, warte mal. Emily ruft an. Oh, oh. Hey, warte, wie süß war das denn? Das war ja ich, Freunde. Hallo, Emily. Oh, Lamy, du bist heute wieder zu spät, obwohl du eigentlich pünktlich nach Hause kommen wolltest. Hey, Emily, ich bin doch schon auf dem Weg, Mann. Lamy, wenn du in fünf Minuten nicht zu Hause bist, dann mache ich Schluss. Äh, oha, Freunde, ihr wisst, das würde ich niemals machen. Egal, wie lange ich auf Lamy warte. Und ihr wisst, wie lange man auf Lamy warten kann. Aber nein, ich würde niemals Schluss machen. Äh, warte mal, was? Also beeil dich, Lamy. Äh, Emily, du machst doch eh nicht Schluss. Ich weiß. Freunde, ich habe es doch gesagt. Und Baby-Emily weiß es auch. Ich würde niemals in meinem ganzen Leben mit Lamy Schluss machen. Ja, ja. Äh, ich muss mich beeilen. Aber warte mal. Oh mein Gott, ich muss doch noch den 1-Million-Abonnenten-Song aufnehmen. Oha. Oha, Mann, was mache ich denn jetzt? Er muss doch noch heute fertig sein. Oha. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe da so eine kleine Idee. Äh, hallo? Oh, Lamy, ich mache gerade Kaki. Äh, 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 Banani, okay. Aber, Freunde, sogar beim Kaki machen ist Banani so eine süße Banani. Nee, deswegen, komm, wir können es ihm gar nicht übel nehmen. Äh, ja, Banani, schön. Aber ich brauche unbedingt deine Hilfe, Mann. Huh? Hilfe? Was ist denn los? Äh, na ja, Banani, es geht um den Song. Huh? Oha. Ja, du weißt, welchen Song. Also komm ins Musikstudio und tu, was du tun musst. Oha. Na gut, dann wollen wir mal. Ja, ja, Freunde, wir wissen alle, was passiert. Aber so läuft das bestimmt immer ab. Aber genau so entstehen die besten Hits. Deswegen bin ich mal gespannt, Banans. Sui, Sui, Sui. Ich glaube, ich habe noch Kaki in der Hose. Huh? Äh, warte mal, was war das denn gerade? Sui, Sui, Sui. Ich glaube, ich habe noch Kaki in der Hose. Herr, Freunde, das ist doch voll der Hit. Also, Banans, ich glaube, das könntest du auch rausbringen. Ey, jetzt habe ich voll den Ohrbaum davon. Oh, na, dann wollen wir mal. Oha, hier ist ja schon ein Zettel. Wow. Lavi. Warte, alle sagten zu mir, es wird sich nicht lohnen. Ja, Freunde, wir kennen den Anfang. Aber sehr, sehr cool. Text für den eine Million Abonnenten-Song. Na los, Affi, gib mir den Beat. Hä? Affi, eine Million. Oh. Es geht schon direkt los, Freunde. Let's go. Und, Affi, aha, aha, du machst also hier die Beats und so. Interessant, interessant. Also, Freunde, ihr merkt schon, in jedem Musikvideo kommen Sachen raus. Denn, falls ihr euch erinnern könnt, im letzten Musikvideo kam einfach raus, dass der Schulmobber Ali heißt, Freunde. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Da bin ich mir auf jeden Fall mal gespannt, was so in den anderen Musikvideos noch rauskommt. Oh, Freunde, Freunde, wir können gespannt sein. Oh, 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 ohha, wie cool. Oh, 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 ohha. Hä, wie cool sind bitte die Szenen jetzt schon mal gemacht. Ich würde mir das am liebsten noch mal angucken. Ganz ehrlich, Freunde, das machen wir jetzt auch. Oh, ha, seht ihr das? Hä, wie cool ist das bitte? Oh mein Gott Oh meine Vision Oha Freunde das ist ja richtig krass Das könnte echt so eine Goldplatte sein Für den Sui Song Und den Döner Song Denn Freunde das waren ja wirklich alles Hits Also Banans und Lams Hätten das schon echt verdient Muss ich sagen Wir sind eine Million Ja ja eine Million Oh 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 Hier seht ihr ein paar neue Gesichter Mal schauen mal schauen Freunde hier ist einfach Mario Let's go Und wen sehe ich denn da wieder Die Omi Die ist ja auch voll am absenzen Freunde Oh 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 Da und das unter ein Jahr Ist das alles nur ein Traum Oder ist das alles wahr Wie mein Leben gerade läuft Alles läuft wunderbar Da und hier Da und da Bin ich wie ein Rockstar Freunde und jetzt kommt die beste beste Szene Aus dem ganzen Song Also wir lieben ja alle den Song generell Der ist natürlich wie jeder Song ein richtiger Hit Aber diese Stelle Ich liebe die über alles Freunde Dieses meine Community Für meine Family Und meine Eveline Leute Das ist einfach Zu zu cool Wir hören es uns jetzt an Alles nur für die Community Und die Family Und meine Eveline Freunde Alles finden diese Melody Voller Fantasie In der Galaxie Hä Hä wie krass Hä 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 was passiert denn jetzt Freunde Erstmal wie krass war wieder Diese Szene Aber Lamy Okay also eine Unterbrechung Vom Musikvideo Ich bin gespannt Ich hoffe ich bin nicht zu spät worden Oh Doppelig Und Lamy Was ist diesmal deine Ausrede Naja Ich hatte noch voll die wichtigen Sachen zu tun Ja ja Was kommt denn jetzt Freunde Was sollte da noch Wichtigeres sein Als Ja Emily mal nicht warten zu lassen Ich mein Döner essen hätte er machen können Was hätte er noch machen können Oh man Wir werden es jetzt sehen Freunde Was hat der Wichtigeres gemacht Wir sind sie Tadeus Oh mein Gott Bist du Tadeus Oh mein Gott Schon gut lass dir Zeit Ja Ey Leute Ist das Lamy's Ernst Der kleine Stinkepups Jetzt weiß ich Bescheid Was der immer macht Wenn ich auf ihn warte Lams Das bekommst du noch irgendwann zurück Ja ja ist klar Und außerdem konnte ich jetzt auch nicht meinen Song aufnehmen Oha Meinst du etwa den Song Den Banani da hinten singt Warte was Warte mal Gib mir mal das Ding her Oh Wo ist die Banane Boah Äh Äh Hey wie cool ist das denn gemacht Alter Falter Äh genau den Song Und den sollte eigentlich ich singen Äh Lamy wenn das so ist Dann los Sing dein Song Ey Leute Ich achte viel zu wenig darauf Aber jede Szene ist so gut gemacht Jeder Winkel ist so cool Auch die Gesichtsausdrücke Da ist wirklich alles so gut abgestimmt Hey Freunde Ich bin richtig stolz auf Lams und Bananen Also wirklich Es ist jedes Mal wie ein Kinofilm Na warte mal was Hier und jetzt Oh Was war das denn jetzt Oh na los Lamy Du bist dran Na gut Oh 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 Freunde Jetzt wissen wir auch was kommt Denn der gute Lams Sing das allererste Mal Und ich bin so stolz Auf den kleinen Pufskopf Wie schön Hat der das bitte gesungen Also Freunde Wenn ihr findet Ich weiß ich weiß Erstmal muss ich so Musik rausbringen Freunde Dann lasst einen Daumen nach oben Dann kommentiert es alle Und spampt alles voll Keine Ahnung Aber das wäre auf jeden Fall Glaube ich Ziemlich ziemlich cool Aber erstmal Ja muss ich selber Musik rausbringen Upsi Und jetzt sind wir Ne Millie Und Ey ja Und ihr wisst du wieso Ich niemals aufhören Als nur eine Million Als nur eine Million Oh 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 Ich hatte zwei Monate Und es hat sich gelohnt Oh 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 ohone Das war ja richtig Eine richtig Coole Szene Hier sehen wir Den 100.000 Abonnenten Play Button Und Hier ist Der Eine Million Play Button Aber Was ich machen will Ich will Auf jeden Fall Noch mal äh Lami's Ganze Szene Ich hab Einfach darüber gesungen Es war viel zu Schön So was hatte ich noch nie Auf einmal ging alles so schnell Und jetzt sind wir eine Milli Und ey, ja Und ihr wisst sowieso Dass ich niemals aufhören Nein, nein, ich will mehr als nur eine Milli Oh, 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 oh Ich hatte Zweifel, doch es hat sich gelohnt Und eines war nicht leicht Doch ich hab eine Milli Seine Sassi Ey, vor einem Jahr noch 100k Und jetzt sind wir schon eine Milli Oh, 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 oh Ey, lieber Lambs Das war so, so schön Wir sind alle so stolz auf dich Dass du endlich mal selber gesungen hast Wirklich einfach krass, Freunde Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr das unnormal abgefeiert habt Also ihr habt so gesagt Oh, oh, Lambs kann singen und sowas Ey, Freunde, ich hab das unnormal abgefeiert Und Grüße geht raus an Lambs Mama Denn der war auch richtig stolz auf Lambs Dass der einfach so eine schöne Stimme hat Und dass er wirklich richtig, richtig krass gesungen hat Oh, 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 oh Oh, Freunde, Emily, Freunde. Let's go. Oh, mein Gott. Leute. So unendlich cool war das, bitte. Let's go, Freunde. Checkt das auf jeden Fall alle auf Spotify ab. Was ist das hier? Apple, oder ist das Apple Music? Nee, das ist Amazon Music, oder? Apple Music. Hey, Freunde, checkt das auf jeden Fall überall ab. Aber ich will nochmal diesen Teil hier sehen. Wartet mal kurz. Wo der sagt, Community, Family, Emily. Let's go. Oh, das müsste hier sein. Oh, das ist meine Lieblingszene. Alle mitsehen. Und die Family. Und meine Emily. Alle singen diese Melodie. Voller Fantasie. In der Galaxie. Freunde, wie cool war das bitte? Oh, mein Gott. Und Emily, war das jetzt so schwierig? Ja, naja, eigentlich nicht. Aber ich war ihm wirklich beschäftigt, Baby Emily. Oh, mein Gott. Emily, du hast doch nur geschlafen. Was war daran so wichtig? Aber ich hab von Dönern geträumt. Weißt du? Oh, Emily. Wenn ich dich in die Finger bekomme, du wirst was erleben. Oh, mein Gott, Freunde. Ich glaub, hier bin ich in Sicherheit. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Hört 24-7 den Eine-Millionen-Song, Freunde. Ja. Ansonsten entführt euch Baby Emily und das wollen wir alle nicht. Ansonsten, Pupsis, hoffe ich, euch hat diese Reaktion gefallen und ich freue mich auf die nächsten tausend Reaktionen auf Bananis und Lami-Song. Let's go! Aber, Freunde, falls euch dieses coole Brocagen-Video gefallen hat, dann lass doch unbedingt deinen Daumen nach oben da, abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und tschaui!